Laut einer Quelle wurde bewusst versucht, die Liebe der Fans zu Prinz Harry in den Mittelpunkt zu rücken, damit diese Verehrung langfristig in beide einsickern kann. Prinz Harry wird nächsten Monat für seine Wohltätigkeitsorganisation Centipel nach Südafrika reisen, eine weitere Solo-Reise ohne seine Frau Megan Makele. Der 40-jährige Herzog von Sussex wird Anfang Oktober nach Südafrika reisen, was seinen ersten Besuch in der Region seit fünf Jahren darstellt. Eine gut informierte Quelle erzählt Express.co.uk, dass der Grund, warum Harry sich in den letzten Wochen entschieden hat, eine Reihe von Terminen allein wahrzunehmen, darin liegt, wie sehr ihn die königlichen Fans weltweit immer noch verehren. Es wurde sehr schnell klar, dass Harry weltweit immer noch eine beträchtliche Fangemeinde hat, sagte die Quelle. Vielleicht mehr als Megan, was nur zeigt, dass seine Verbindung zum Königshaus das ist, was sie über Wasser hält. Es gab eine bewusste Anstrengung, sich auf diese Liebe zu Harry zu konzentrieren, damit diese Verehrung langfristig durch beide sickern kann. Während des Besuchs des Herzogs in New York in dieser Woche, der mit der High-Level-Viktor-UN-Generalversammlung zusammenfiel, nahm er an mehreren Veranstaltungen teil, darunter an einem bemerkenswerten Paneel bei der Clinton Global Initiative am Dienstag, wo er Probleme im digitalen Raum hervorhob und seiner verstorbenen Mutter, Prinzessin Deiner, Tribut zollte, während er über den Diana-Award sprach. Sein Aufenthalt im Big Apple endete mit einer lebhaften Episode in der Tonight Show mit Jimmy Felln, in der der Prinz Schimpfwörter brüllte, während er zusammen mit dem Komiker-Moderator durch ein Geisterlabyrinth marschierte. Prinz Harry flog dieses Wochenende nach London, um am Montag bei den Weltschild Awards aufzutreten. Die Befürchtungen um die Sicherheit des Herzogs in Großbritannien haben sich jedoch verstärkt, nachdem sein Team der Wohltätigkeitsorganisation verboten hatte, den Veranstaltungsort vom Montag bekannt zu geben. Einer Quelle zufolge teilte das Team des Herzogs Weltschild mit, dass es ihnen nicht erlaubt sei, die Öffentlichkeit oder Personen außerhalb eines engen Kreises über den Ort der diesjährigen Veranstaltung zu informieren, da man befürchtete, er könnte zur Zielscheibe werden. Harry ist immer noch sehr besorgt um seine Sicherheit in Großbritannien und sein Team hat darum gebeten, den Ort bis zum Tag der Veranstaltung niemandem mitzuteilen, sagte die Quelle. Es ist eine Sache, wenn Harry in letzter Minute zu einer Beerdigung oder einem Treffen mit seiner Familie kommt, aber eine ganz andere, wenn das Ereignis öffentlich bekannt gemacht wird und in der Öffentlichkeit steht. Er, Harry, könnte zum Ziel werden, also hat das Team dafür gesorgt, dass der Ort nur bekannt wird, wenn es nötig ist. Das Update kommt nach Prinz Harrys schockierender Enthüllung in seinen Memwarenspare, dass er in Afghanistan 25 Taliban-Kämpfer getötet habe. Die Quelle sagt, dass diese Prahlerei die Sicherheitsbedenken vor seiner Reise ins Vereinigte Königreich verstärkt hat. Der Grund, warum Harry zu einem solchen Sicherheitsrisiko geworden ist, sind seine Kommentare über die Taliban, sagte die Quelle. Wegen dieser Kommentare wird er immer ein Ziel sein. Das ist etwas, wofür er selbst verantwortlich ist. Prinz Harry wird seinen Rechtsstreit mit dem Innenministerium um seine Sicherheit fortsetzen. Es wird davon ausgegangen, dass am 8. oder 9. April nächsten Jahres eine zweitägige Anhörung stattfinden wird, die die neueste dramatische Wendung in dem dreijährigen Rechtsstreit des Herzogs mit der britischen Regierung darstellt.